Was geht, meine lieben Freunde? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege. Wir sind wieder back im Start mit einer Runde Rank. Wir sind auf der Map Konsulat. Ganz nett. Ganz nett. Mag ich. Und dann frage ich mich jetzt direkt, was wir machen. Wir sind wahrscheinlich oben, nämlich. Wir spielen Bombe, ja. Wir sind wahrscheinlich oben. Da könnte ich den klassischen Window Player machen. Was ich sonst machen könnte, ist vielleicht... Ja, ich weiß, was ich mache. Und zwar, ich werde am Window rappellen, aber auf der anderen Seite und werde Office halten. Also, erstmal abschicken, ob sie oben sind. Ah, ich hätte sie nach unten angehört. Tatsächlich oben. Hello Team. Upstairs. Rook, warum machst du das mit mir? Ich habe eine Legion und Jager. Die Pulse wird wahrscheinlich von Piano spielen, also bemerkst du auf, wenn du es planst. Ich kann versuchen, Piano zu klären, wenn du willst. 5 Sekunden. Okay. Pulitzer ist Wiese. Ich werde den Puls versuchen, rauszugehen. Der Puls wird so oder so unenspringen. Puls ist playing wrong, wrong desk. He's coming to you Sophia? Nevermind. Can you see Puls IQ? Thank you. Puls was somewhere here. Scanning, stay sharp. Look, can you check downstairs? Really quick. Wait a second. Yeah, down. Is that Puls? Yeah, exactly. Okay, I'm pushing. Der Diffuser ist noch nicht in Ihren Vfussehung. Der Diffuser ist noch nicht in Ihren Vfussehung. Der Diffuser ist noch nicht in Ihren Vfussehung. Okay. 30 Sekunden. Ah, Dinger, Alter. Der ist genau vor mir gelaufen, der Bruder, Alter. Was ist Sophie da? Was ist sie da? Oh, er... Seine Frau hat ihren Fingern. Uff. Wie ist es weit? Ah, schade, schade. Es ist okay, kein Problem. Das geht klar, kein Problem. Ich hätte eigentlich den Legion auch bekommen, weil ich den gehört habe. Aber die ist genau vor mir reingelaufen. Dann konnte ich nicht schießen. Ei, 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 Blackbeard. Egal, egal. Wir haben trotzdem, denke ich, das gut koordiniert. Den Puls haben wir rausgeholt. Weil sonst hätte der später, wenn wir implanten wollen würden, Probleme bereitet. Haben wir sehr gut gemacht, finde ich. Cancel Office. Auch nach oben. Ich könnte jetzt klassisch mit Valkyrie-Kameras outside spielen, damit wir wissen... Ist aber eh schon weg. Ansonsten könnte ich versuchen auch zu roamen. Ehm, aber... Ja, Valkyrie wäre schon ganz nice gewesen. Dann machen wir einfach mal Bandit. Dann machen wir einfach mal Bandit. Dann machen wir ihn jetzt so, dass er nicht rauskommt. Ja, vielleicht können wir das machen. Ja. Dann machen wir hier jetzt so... weil ich wüsste sonst nicht... Wo ich mit meiner Bandit-Ladung verstärken kann. Im besten Fall, wenn wir hier noch ne kleine Votation machen oder so, aber ich glaube das nicht klappt. Anyone is an impact for me here? Oh, I just have... Let me see. Thank you. Wir werden hier rüber und hier rüber rotieren. Wenn ich noch relativ sicher nicht. Aber verstecken wir die haben wir mal. Hauptsache die Punkte geiern. Hauptsache die Punkte geiern. Wir werden also erstmal wieder zu viert spielen. Ist ja ganz nice. Aber finde ich macht der richtig so. Wenn es der Freundin nicht gut geht, dann gehts ihm nicht gut. Dann kann man dagegen nichts mehr haben. Dein mir bitte das die Outside Camps hast. Ach der hat kein Outside Camp alter. Wo seid ihr? Von mir links. They're probably gonna push from office. Was? Hier sehe ich gar nicht. Hier sehe ich gar nicht. Ich habe gewünscht. Ich habe gewünscht, ob die mich hier finden. Wenn nicht dann muss ich hier aufhören. Was? Keine Funde ist jetzt noch der Repelsticker. Aufhören. Atem ab. Atem ab. Auf dem. Atem ab. Forresten. Erster. Anzei. Anzei. Erster. Erster. Ich bin aus. Erster. Erster. Ich bin hier. Bathroom in. Ich bin hier. Ist er in? Ja. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Das ist gut. Ich habe keine Kams. Ist okay. Ich habe keine Kams. Ich wusste, dass sie close ist. Ich hab sie gehört, Digga. Ich wusste, dass sie close ist. Ich wusste, dass sie close ist. Ich kam da aber nicht weg. Da konnte ich nichts für. Da konnte ich nichts für. Einer outside-cam wäre schon ganz Killer gewesen, ey. Einer outside-cam wäre schon ein Killer gewesen. Ich dachte, die werden von Office pushen, aber keiner von ihnen hat Office gepusht, Digga. Außerdem nichts. Ist er zurück oder müssen wir ihn wieder töten? Nein, er ist zurück. Er ist wieder zurück. Dann hoffen wir, dass es klappt. Office können sie nicht sein. They're probably gonna go to the garage. Maybe we can get it. Yeah, exactly. Als Capitao, als Capitao gespielt. Dann bleiben wir bei IQ. Ich werd die mal versuchen zu unterstützen. Weil die werden wahrscheinlich eine outside-cam haben und da müssen wir sie finden. Sehr wahrscheinlich. Wenn nicht, dann haben die bestimmt irgendwie Echo oder so, glaube ich. Ich glaube IQ ist eine gute Entscheidung. Wir brauchen eine Bombe. Ich meine IQ hat doch souveräne Waffen. Warum also nicht. Be advised, dein Drone hat eine Bombe. Wenn sie einen Bandit gibt, dann kann ich sagen. Ich kann euch nicht sagen. Ich kann euch nicht sagen. Euer Moment. Ich habe die Bombe. Ich habe die Bombe. Sie sind vielleicht in fünf Sekunden. Ich darf sie mit einem Bender haben. Ich werde ihn auch nicht nehmen. Ich werde dieombe. Ich habe die Bombe. Aber ich werde die Bombe. die haben auf jeden fall mit einem Valkyra Ach ne, Bandits haben sie, Jäger haben sie, einer fehlt, wer ist der letzte, der fehlt? Tetscher trolled right here, Tetscher im Plan He's not active managing, you can open up Ach so, er hat da ein Loch gemacht oder was Jungs, wir sind alle drei hier, das wird sowas noch nicht klappen Behind white one is clear Rotation to kitchen, watch out Alle bei Mozzie kitchen Dock is on connector Einer von uns muss von ihr pushen, aber die werden auch ein Roma haben Ich will das eigentlich gar nicht von ihr zu pushen Ich habe die ganze Zeit links von mir gehört Ich habe die Schrauben Yellow stairs Jäger We have a drone on the Fizzer We have a drone on the Fizzer Ah Digger Shit Digger Ah, das hätten wir echt holen können Ich finde die echt nicht so gut Vor allem, ich habe gegen die, glaube ich, in der letzten Runde gespielt Ich finde die echt gar nicht gut Ja, die Pyn Typen Die sind nicht gut Die einzigen, die spielen, sind die Fakes Und bei uns sind leider keine Ah Ich bin der einzige, der mit bisschen mehr Fakes als einer oder zwei Wir spielen also rein theoretisch gesehen eins gegen zwei So, so kann man das sagen prinzipiell Ich würde sagen Wir müssen... Are you guys really with no vote? Ja No, let's try to stick to... I mean Archive is really bad Let's go downstairs if you guys want to At least Wenn ich Jäger spielen wenigstens Digga, wir gehen echt no vote Queteria Garage Gehen wir wenigstens nochmal hin, ey Die gehen echt zu dritt zu no vote, Digga Okay, ja Einen Stellen wir dann Okay Und das andere Packen wir die Finger Hier hin Und ich hier den nade, die so rüber kommt, anfangen kann Hier hin Und ich hier den nade, die so rüber kommt, anfangen kann Hier hin Hier hin Hier und hier und hier auch, Digga Hier und hier und hier auch, Digga Und das sind Yellow Sesame's auch, Digga Very good job I'll be Roman, tell me when you see something Now you don't Das ist glaube ich nicht groß Weil die werden wissen, dass die Drohne kaputt ist und eine hier oben war Weil die werden wissen, dass die Drohne kaputt ist und eine hier oben war Weil die werden dann nicht wissen, ob der da noch hier ist Das machen wir so haben aber, oder wie ist sie Ja Jammer aktiviert Now you see me Now you don't Kommt der nach oben, Digga Statch coming from Visa stairs, switch out Ich weiß nur nicht, ob er nach unten geht, oder nach oben, Digga Das war echt ne Nomad Nomad Trip, Alter Digga, hier war echt ne Nomad Warum packt man da ne Nomad hin, Alter Der ist jetzt nochmal ne zweite hingepackt Innerhalb Infos Infos? Ah, Wall is open, sei outside glass Träumen bei deinem Setcher Okay Digga, das sieht gar nicht glücklich All three ja, ich denke so ok, ich hoffe das einen auf der anderen Seite des Stairs Reloading auf der anderen Seite des Stairs Tell me when they're planting, I can't come from the Stairs Na gut, ich leg mich jetzt einfach hin Ob das jetzt schlau ist oder nicht, werden wir dann gleich ziehen Ich glaube das ist gar nicht schlau, was ich mache aber you will never know Dock play passive hier ist no chance Die Runde ist für uns Ja die wird nicht mehr, die wird nicht mehr pushen Haben die gut gemacht? Ich habe gar nichts gemacht Ich habe diese Runde echt gar nichts gemacht Vielleicht sollte ich einfach auch Onside spielen Aber ich bin auch echt gerade gar nicht warm Also meine Finger sind so kalt Aim ist gerade Ich könnte echt den klassischen Rush versuchen Aber die spielen die ganze Zeit mit Lesion und sowas Da bin ich mir nicht sicher Ja die sind, ne Ja doch 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 They're probably gonna be like in Im Piano Also R-Case Wenn sie wahrscheinlich nicht machen so oder so Dann mache ich einfach einen Push von Yellow Stairs und dann gib ihm ihm ja Gib ihm I'm gonna try to rush from Yellow Stairs to objective Wann kommt's klapp? Wann kommt's klapp? Wann kommt's klapp? We need to locate a bomb Aha Das ist also doch Piano wie ich mich vorgeschaut hatte Ja du willst mich sowieso nicht mit dem Revolver kriegen Warum sind auf einmal They try to play upstairs Just three guys upstairs Watch out for Spawn Peaks They open up everything Ich geh einfach den Rush Winklass ich den Rush Ich hab keine Ahnung ob irgendjemand Yellow Stairs ist oder nicht Aber Das würde ich jetzt sagen Wenn wir dann gleich super rausgehen Nein nehm Weißt du was behind the desk und Piano? Er wusste, dass ich komme, Digga, wenigstens habe ich 3 gegen 3, denn nicht viel was gebracht, Digga, 2 habe ich hier weggeholt, Digga Ich weiß nicht, ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich da meine Breaching reingeballert hätte Dann wäre ich schneller durch gewesen, aber egal, wir haben ja die 2 Kills bekommen Nur Meister, sondern wo wir sind, das war eklig There is still one piano, we should be Maestro Jagger was upstairs roaming Komm, Glass, da verlass mich auf dich, du musst jetzt einen straight sehen Close right, slash close right I mean inner objective, I guess, I'm not sure Nae, 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 nae the close, right there Nevermind, my bad Yellow stairs Jagger No, nevermind, he's still there Yellow stairs Jagger Maestro und sein behind the desk Black, on piano Black but he's still there Black but he's still there The user is no longer in your possession Down to one friendly Nice one Jagger on side Piano 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 Não Last one behind you He's Donut Down to one He's damaged He is against on the hatch, against on the hatch Let's go out of bombsite Wo war der, on the hatch? Nice try, good game Schade, wir haben verloren Kann man nicht ändern, kann man nicht ändern Wir haben unser Best gegeben, aber ich meine Bei mir läuft das gerade eigentlich gar nicht So, mit dem Aim, also Naja, kann man nicht machen Die haben auch gar nicht so schlecht gespielt, und naja Das war's dann also von der Runde, wir haben leider 1 zu 4 verloren Man hat solche Tage, man hat solche Tage, von daher Mach ich mir nichts draus, das passiert Hoffentlich gehen wir in der nächsten Folge, Freunde Das war's, wir sehen uns, Kurs geht raus Bis dann, ciao! Outro 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 Outro